Ich hoffe ich auch sagen Ciao! Was ist denn hier tomen Hohensöhne? Schaut euch die Scheiße überhaupt an! Ja Moin und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video of the Pace. Heute spielen wir Jump League Duels. Haben wir ja schon mal gespielt. Mal schauen wer diesmal wieder besiegt. Das letzte Mal musste Tobi danach ins Krankenhaus zur Seelsorge. Wer hat er gewonnen nochmal? Eine Runde ich, eine Runde du. Oh nein wieder war ich. Oh mein Gott was mache ich hier? Das frage ich mich auch gerade. Nice nice. Ach du hast schon gefehlt ich bin wenigstens nicht runter geflogen. Ich habe einfach nur so verkackt. Oh Gott ich schaff es nicht ne? Oh da hängt da schon mal Distanz nach vorne. So jetzt habe ich die Piste. Oh nice ein Angel das ist schon mal das Wichtigste über Azerton. Ich töte dich wenn du die auch nur benutzt. Die wird benutzt aber sowas von. Schreibt mir in die Kommentare Hashtag Tobi no Angel. No Angel ist so richtig kreativ. Hat dann neu jetzt. Oh mein Gott. Ach an der Stelle muss ich mich nochmal entschuldigen für das Video was am Mittwoch kam ne. Das war ja nicht so schön was wir euch da so ungetan haben in Endergames. Endergames ist glaube ich aber nicht unser Spielmodus. Ja nach dem Wochenende hatten wir ja schon mal das Thema. Ist 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 und bleibt einfach so. Ja. Ich glaube wir sollen uns ausschreichen aus unseren ganzen Aufnahmen. Ja dann müssen wir aber irgendwas anderes reinnehmen. Sonst ist keine Abwechslung da. Ja das stimmt. Wir können ja eine Strawpool Abstimmung machen. Mit vier Abstimmungen? Oder wie viele Leute sind wir dann? Ist doch egal. Ja Jack Forkert ist natürlich der wichtigste Zuschauer. Der sollte auf jeden Fall immer die Meinung raushauen. Was er so sehen will. Nein. Man kann es so sehen ist eigentlich sein Kanal so ne. Sein Privat Channel. Ja wir. Wir werden auf mich schon was kommt. Wir produzieren quasi für ihn. Alter Modul 3 ist so ätzend. Da gehts. Alter wie zockhaft. Ich hasse diese Leitenspränge eigentlich immer anders. Ich würde sagen ich. Ich bumse dich gerade ein bisschen weg ne. Der war auch nur ein bisschen aber ich bin gerade am aufrollen jetzt. Naja trage weiter. Ach warte mal. Hast du die Kiste bekommen in dem Modul? Nein. Okay also das können wir ja so vergessen. Es wird wenigstens witzig. Na dann viel Spaß ne. Viel Glück, viel Erfolg. Gut luck. Was hast du denn zwölk? Er ist ja gar keine Schuhe. Süß. Ich bin echt nett. Hehehe. 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 Soll ich mitmachen? Hehehe. Ja komm, triss er eh nicht. Ich hab auch zwei angel. Hehehe. 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 Che percentage. Oh oh oh. Oh. Was passiert bei dir denn schief? Hehehe. Rehe. Hehehe. Hallo Hallo Was? Tobi hat wieder seine Ragehakes an Ja, save, Alter Komm, bist du auch zwei Herzen oder was? 2-1 Oh, in der Ecke ist er Der ist fucked up, ne? Ey, jetzt kommen wir Komm her Komm her Stehenbleiben Ne Alter Nein Failed, Alter Failed, Alter Nein Du bist durch hier, Mann Grüße Pussy, Alter Nice Haha, nice, hat sich gelohnt zu essen, oder? Ja, ich hatte die Hoffnung nicht Ich gönne mir auch ein paar Kekse hier Oh Oh shit Nein 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 Ja, es verliert komplett Die andere Side-Steps waren real, Alter Ja, ich hab gefehlt am Anfang Nicht nur am Anfang Ja, ja, ja Und nicht übertreiben, guck mal Oh, jetzt geht's nicht, aber Bist trotzdem ein Noob hier, ne? Guck Oh fuck Oh, das war mal Ohaaa und ich war nicht voll Scheiße Ja, 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 ja Ich war ich noch nicht Ja, 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 ja Ich war noch mal 9 Ja, 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 ja Jetzt gibt's noch nicht... EIN Herz willst du mich verabschieden? Mann, ich hab schon gedacht, ich war voll gut eigentlich. Aber ich hol dich jetzt. Komm, du bist jetzt auch sechs Herzen oder so, schätze ich mal. Ist nicht dein Ernst. Nice, Alter! Nice! Alter! Ja, okay, man muss sagen, jetzt war's schon ganz schön knapp. Das war richtig knapp. So, also, das war's Video mit Jump League Duels. Du hast einen Spass vor dir, der hüpft. Ich schon. Für dich liegst die Nose vor. Oh, ganz heftig. Ja, wenn's euch gefallen ist, lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen und schreibt fleißige Kommentare. Und... Ja, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao! Kann ich auch sagen, ciao! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!